...fühlte zu einer offenen Strafe, denn der Herr zog seine Hand zurück und das Herr Israels erlebte bei dem nächsten Angriff eine schwachvolle Niederlage. Joshua fiel darauf, erschrocken zu boden, doch der Herr sagte ihm, du kannst nicht vor deinen Feinden stehen, solange ihr nicht den Mann von euch tut. Das sagt, solange eure Übertretung nicht geordnet ist, gibt es keinen Sieg und das gilt auch für uns so. Erfahrene Seelsorger und Diener Gottes haben es immer wieder erlebt, dass unter den Gläubigen häufig das wirkliche Siegesleben fehlte. Natürlich gab es dafür Ursachen und eine der Hauptursachen war die ungeordnete Vergangenheit und das ist auch noch heute so. Man spricht ja oft von sogenannten Kleinigkeiten, aber wir alle wissen, dass auch kleine Dinge zum großen Schaden führen können. Ein Sandkörnchen im Auge.